Glückslos fürs Jahr oder auch in der Mannschaft gewesen, die verloren hat? Schlechter Zeitpunkt, Alter. Ich hab gewonnen. Ah, sehr gut. Soll ich das machen wie Toni Jung? Warte, er hat es erst nicht aufbekommen, oder? Geht das nur so auf, oder was? Er hat gesagt, schlechter Zeitpunkt. Wahnsinn, Wahnsinn. Willst du das jetzt machen? Aufmachen. Professionell. Hast du das gemacht? Oh, wow! Wer hat das auch zusammengefaltet? Ich hätte schon noch mal Glückshekse backen können. Wenn schon, dann auch richtig, Peter. Ich sag dir ehrlich, wir haben versucht Glückshekse zu bekommen und haben keine gefunden. Dann haben wir selber Lose gebastelt. Aber die Sprüche sind jetzt besser. Ich bin gespannt. Ist das live? Nee, wer den Tiger weckt, darf sich nicht beschweren, wenn er brüllt. Oh, zu viel des Guten kann wundervoll sein. Das nehme ich, den behalte ich. Wer ein großes Maul hat, muss einen breiten Rücken haben. Was bedeutet das? Ich bin dein Rücken. Oh, danke, danke. Ich passe auf dich auf. Ein Mann, der die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pfett. Bei Gehtnichtmehr fängt Leistung an. Stimmt, ne? Würde ich mal sagen. Wer hat sich das ausgedacht? Das müssen wir von unserem Chef öfter hören, tatsächlich. Ey, das passt echt gut zu mir. Heimlich klug ist besser als unheimlich dumm. Verstehst du? Ja, na klar. Weiß ich nicht. Das Glück, das du suchst, steht auf einem anderen Zettel. Muss ich jetzt nochmal ziehen? Falls du auf ein Zeichen gewartet hast, hier ist es. Dreh dich jetzt bloß nicht um. Okay. Ich geh jetzt. Tschüss. Heimlich. Das sag ich nicht. Warum? Das ist eine Blamage. Was steht da drauf? Nietzsche. Sag mal. Ist das wie bei dir? Nietzsche stand bei mir. Voll cool, ne? Tanze das Leben und singe laut dazu. Passt perfekt. Ich hab heute leider kein Foto für dich. Schade. Ja, da kannst du dann auch schreien. Können wir noch mehr finden, oder? Klar, da ist ja keiner mehr da sonst. Unter Druck entstehen Diamanten. Oh. Das ist gut. Jetzt noch vernünftig zu werden, ist auch recht spät. Ja. Habe ich ja genau das richtige Ding gezogen. Wer schön sein will, muss lachen. Schlechter Zeitpunkt, bitte. Dann lach ich mal. Wer zuletzt Erster wird, wird als erster Letzter. Was? Was? Das ist doch nicht gut, oder nicht? Heute ist der 4. Januar 2024 gern geschehen. Danke. Lustig. Ist bei dir? Komm mal auf die dunkle Seite. Was heißt das? Darth Vader. Eine extra Portion Glück für dich. Lass dir dein Glitzer nicht nehmen, nur weil es andere blendet. Dankeschön. Das nehme ich an. Heute ist nicht dein Tag, morgen leider auch nicht. Und Duxchi meckert immer. Sei glücklich nicht perfekt. Sollen wir das jetzt sagen? Du hast ihn gezogen, nicht ich? Na ja, ich bin schon perfekt. Das war jeder. Ja. Bohre den Brunnen, ehe du Durst hast. Ja, das ist gut. Genau. So nach dem Motto, hole die Punkte, bevor du in die Röhre guckst. Ja, top. Sei immer du selbst. Es sei denn, du kannst ein Einhorn sein. Dann sei immer ein Einhorn. Das ist ein schlechter Zeitpunkt wirklich. Entschuldigung. Auf dich warten viele ereignisreiche Momente, vor allem WerderTV Termine. Das glaube ich ist nicht richtig. WerderTV ist toll. Auf jeden Fall. Wenn das nicht eine Weisheit fürs Ja ist, weiß ich auch nicht. Ja. Ne? Danke. Gerne. Schönes Ja. Danke euch auch.